Interpretationsschema der Lungenfunktion In den letzten drei Auditorfolgen haben wir die Spirometrie und die Bodyplethysmographie kennengelernt und uns die typischen Veränderungen bei den wichtigsten Pathologien angesehen. Der Obstruktion, der Lungenüberblähung, der Restriktion sowie der gemischten Obstruktion und Restriktion. In dieser Auditorfolge wollen wir dir abschließend ein Interpretationsschema an die Hand geben, mit dem du durch die Beurteilung von nur drei Parametern schnell zu einem Befund kommst. Schau dir dazu als erstes den Tiffenoindex an, dann die Vitalkapazität und gegebenenfalls noch die totale Lungenkapazität. Der Tiffenoindex, also der Quotient aus FEV1-Wert und der forcierten Vitalkapazität, gilt als pathologisch, wenn er unter 70% liegt. Die Werte für die Vitalkapazität und die totale Lungenkapazität sind pathologisch, wenn sie unter 80% der Norm liegen. Beginnen wir mit dem Tiffenoindex. Er stellt die erste Weiche Richtung Restriktion oder Obstruktion. Du kannst dir merken, dass bei erniedrigtem Tiffenoindex an der Ventilationsstörung irgendwie eine Obstruktion beteiligt ist. Denn ein erniedrigter Tiffenoindex entsteht bei erniedrigtem FEV1-Wert und normaler oder zumindest weniger stark erniedrigter Vitalkapazität. Die Ursache solcher Störungen liegt hauptsächlich in den Atemwegen, weshalb der Atemfluss verringert ist und weniger Volumen in einer Sekunde forciert ausgeatmet werden kann. Betrachten wir als nächstes die Vitalkapazität. Ist diese normwertig, steht ein normales Lungenvolumen zur Verfügung. In dem Fall liegt eine reine Obstruktion vor. Ist die Vitalkapazität hingegen ebenfalls reduziert, benötigen wir zur Diagnosestellung noch die totale Lungenkapazität. Denn bei einer verminderten Vitalkapazität muss man herausfinden, ob auch das gesamte Lungenvolumen, also die Vitalkapazität und die totale Lungenkapazität verkleinert sind. Dies wäre bei einer Restriktion der Fall. Ist nur die Vitalkapazität verkleinert und die totale Lungenkapazität normwertig, spricht das für eine Lungenüberblähung. Bei der Lungenüberblähung ist die Vitalkapazität auf Kosten eines erhöhten Residualvolumens verkleinert. Ist auch die totale Lungenkapazität reduziert, liegt eine Kombination aus Obstruktion und Restriktion vor. Der verminderte Tiffenoindex geht dabei auf die Obstruktion zurück, die verminderte Vitalkapazität mit reduziertem totalem Lungenvolumen auf die Restriktion. Ist die totale Lungenkapazität hingegen normwertig, dann ist die Erniedrigung der Vitalkapazität durch ein vergrößertes Residualvolumen bedingt. Grund dafür ist eine Obstruktion der Lunge, bei der es zusätzlich zu einer Lungenüberblähung kommt. Man nennt dies Airtrapping. Fassen wir kurz zusammen. Wir haben bisher gesehen, dass ein reduzierter Tiffenoindex drei verschiedene Gründe haben kann. Bei normaler Vitalkapazität liegt eine Obstruktion vor. Bei reduzierter Vitalkapazität und totaler Lungenkapazität eine Kombination aus Obstruktion und Restriktion. Bei reduzierter Vitalkapazität mit normalem totalen Lungenvolumen eine Lungenüberblähung. Sehen wir uns nun an, welche Störungen bei normwertigem Tiffenoindex vorliegen können. Ist gleichzeitig auch die Vitalkapazität normal, so haben wir einen Normalbefund. Ist die Vitalkapazität hingegen erniedrigt, muss auch hier wieder als nächstes die totale Lungenkapazität angesehen werden. Dadurch kann unterschieden werden, ob das gesamte Lungenvolumen oder allein die Vitalkapazität wegen eines erhöhten Residualvolumens reduziert ist. Ist auch die totale Lungenkapazität erniedrigt, liegt eine absolute Reduktion der Vitalkapazität vor. Die Diagnose einer Restriktion ist dann gestellt. Ist die totale Lungenkapazität hingegen normal, besteht ein Airtrapping. Die verringerte Vitalkapazität ist hier Ausdruck eines vergrößerten Residualvolumens bei Lungenüberblähung. Du siehst also, für die Diagnose einer Restriktion, einer kombinierten Restriktion und Obstruktion sowie einer Lungenüberblähung wird die totale Lungenkapazität benötigt. Daraus folgt, wenn in der Spirometrie eine verminderte Vitalkapazität gemessen wird, sollte eine Bodyplethysmographie zur Bestimmung der totalen Lungenkapazität angeschlossen werden. 6. 2. 2. 5. 6. 7. 8. 7. 10. 10.